hey leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin jetzt der johann mp zur weiteren video heute sind wir wieder auf meinem server kein neues update video ich war drei wochen ich war nie weg ich war weg für drei wochen doch ja so läuft es bei mir ich war an der ostsee ein bisschen aber darum sollte ich nicht gehen es war ein urlaub ich habe irgendwie in den kommentar mal so ein update gegeben da unter meinem letzten video heute ist ein bisschen darum gehen dass ich wieder da bin youtube mache wenn ich schaffe gibt sogar heute noch ein stream wenn nicht morgen heute geht es ein bisschen um updates auf den server ja alter hier der netter der netter soll was großes entstehen wir haben da was vor ja ist sehr kurz ist okay ja okay ich bin jetzt der netter der netter die probleme gibt keine ahnung da das ist irgendwie ganz kaff da hat man jetzt direkt ein bisschen das war nur eine große fläche die man ausgeführt hat ein kleiner einblick auf die spielmodi wir haben glaube ich vorm urlaub noch hier das zu einer bedrock wand generell dass man sich hier nicht raus boxen kann unten geht noch aber das macht ja keinen sinn da kann man das map fliegen einfach nach eigentlich so weit vor allem die infos wir spielen jetzt würde ich sagen noch eine runde von wie wann ja gut dann spielen wir jetzt noch eine runde von wie wann mit ein paar szenales dazu nehmen wir aus machen wir mal mit speed glaube ich kann einmal anlassen ja ja okay hat gedeckt ja spiel mal halt noch eine kurze runde von wie wann naja es ist manchmal ein bisschen buggy aber die bugs habe ich eigentlich schon behoben okay da hat er mich wir spielen haben jetzt noch eine runde skywars skywars eine runde noch eine runde skywars okay geht schon team dauer ich gehe dann team rot ähm ich nehme natürlich das endermen kit ihr seht ihr jetzt habe ich auch richtig optifine hier drauf ihr seht so ein bisschen was von der map ist ein bisschen witzig wir sind jetzt wieder eine runde skywars drinnen ja wir sind jetzt wieder eine runde skywars drinnen ja diesmal ändern da geht es um wer einfach schneller ist in der mitte toll nee nee er ist einfach er ist einfach schneller als ich in der mitte hier der ja ich will noch nicht mal eine waffe oh nein da ist doch besser ja moin alter also ich kann in die nähtzei gehen aber aber dass das muss man irgendwie ausstellen dass er in den nähtzei kann weil es gibt chance dass der haupt seel in den kisten ist ja aber sehr normale mensch geht da nicht in die zahl jetzt habe ich ja nicht ja man schwert oder so ja ist mein armer händler noch als brot macht er da vorne wer so dumm ist der den weiß ich nicht was hat ihn drauf effizienz 4 eisen pickel ja geht macht die instrument ja macht sie jetzt übrigens und noch eine kiste drin sind immer wie es hättet also ihr könnt immer über neuen blut erfreuen oh mein gott ja eben fast einfach mal kurz so runter gefallen und das war mir ja auch nicht meine freunde so kämpft er auf mich damit oder was macht er wo ist er wo ist er ja 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 ich habe gewonnen die die auf jeden fall so dass er heute schaut heute abend oder morgen rein sei stream wie gesagt ich freue mich auf euch abonnieren zeigen nicht vergessen wie gesagt macht mal wieder die 100 feuer alter ihr seid doch echt doof ey ne ihr seid die beste community wenn ihr die 100 feuer macht das wäre ich gerne die 100 waren mal voll sind sie jetzt aber nicht mehr ganz wilderweise aber ja ich würde sagen das war's bis zum nächsten video und ciao